Dann haben wir 15 Meerschweine. Hier eins, zwei, da hinten ist das dritte, hier kommt das vierte, dann werden es da schon wieder alle, dann kommt hier die Vanilli, das fünfte, Oka, Koki, Muffin und Rudi da, ja ich weiß, ich wollte nur den Namen nochmal sagen. Jetzt haben wir fünf, da drüber ist Wirti und Bleko. Wirti, Bleko, so, dann gibt es doch noch die kleine Rubi, Rubi. Sie sitzt jetzt am Haus, wie kommt es wohl an dich fliegen? Nein, dann warte ich später. Achso, und dann, da, da, da ist der, den ihr alle kennen solltet, sonst lebt ihr nicht, denn das ist ja Silvi. Das ist der Kakao, nein, aber den sollen wir jetzt nicht haben. Da, das ist der Kappi, da ist die Schoko oder Lele. Wie auch immer ihr den nennen wollt. Dann gibt es hier den Mitri, den Mitri, den Mit, 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 der Mit, von den Tries. Dann ist hier der, den ihr auch alle kennen solltet, der Brownie. Ach übrigens, ähm, Silva ist das Herzenschwein von meiner Mutter. So, jetzt, da hinten gibt es ein kleines Bundel. Oreo. Da ist Oreo, das dort, das Bundel da, das, die, das die Nase raussteckt. Dort hinten, seht ihr auch ein Bündel, was sich bewegt, aber kein Bundel. Hier ist Quentin, Quentin's auch, so gesagt, so. Ich muss es nur mal kurz, wenn ich mich zumachen. Jetzt gucken wir, ob die Robi, Robina, da ist. Hinter, ne, nicht da. Hier, hinter. Das ist ne Rudi. Das ist ne Rudi.